101 trippel 17 ist der drin fürs bullseye da geht er nicht drauf traut sich so lewitz die 161 jetzt nicht zu dann schauen wir mal dann schauen wir mal 161 vielleicht zeigt das eben ja genauso trippel 17 zum 223 ist das gut ist die 161 die ihm von gerven nicht zutraut das tut weh und das kann doch mal der game changer sein elmer das ist ein moment der tut von gerven richtig weh aber wenn so muss beisammen bleiben weil er nimmt das gerade so als als bonus an aber das ist natürlich auch das allergeilste was du machen kannst wenn dir dein gegner das nicht zutraut und du ihm dann diese 161 um die ohren knallt da ist er